hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal endlich wieder ich muss mich wirklich entschuldigen dass es so lange gedauert hat tatsächlich wollte ich schon vor über einer woche dieses video hochladen und aufnehmen natürlich zuerst aufnehmen dann hochladen ja darum ist es auch noch nicht da weil ich habe die reihenfolge verwechselt ja kann ja mal passieren na jedenfalls sind es mit dieser sind wir diese gesellen die tolle finde ich die wirklich toll gelungene w5 der masters of the universe origins figuren zufällig und unerwartet bei smith toys über den weg gelaufen und ich musste gleich zuschlagen und ich habe sie mir bis auf evelyn sogar doppelt gekauft weil ich einige figuren auspacken möchte beziehungsweise sogar ein unboxing vorhabe hohohoho ja evelyn habe ich leider nur einmal gekauft und habe mir hier die schönere figur genommen wobei wenn ich mir sie jetzt so anschaue ich weiß der das wird das wird nicht alt oder es wird alt aber also das gesicht hier ist ja oder ivelyn ist schon besser gelungen als dieser betriebsunfall hier ja wobei je länger ich sie anschaue desto mehr habe ich sie ins herz geschlossen so ist das mit der liebe so ja das ist mal die w5 vielen dank fürs zuschauen nein ich habe hier noch ein besonderes schmankerl quasi woher gott was soll denn das hier nein das werden immer mehr es sind quasi faker news was ist denn hier passiert ja da stehe ich natürlich nichts ahnend im smith toys und freue mich wie der schneekönig dass ich endlich die w5 dass ich der w5 ansichtig werde und steck sie mir gierig in den einkaufswagen vergesse dass ich eigentlich wegen meiner tochter dort bin und möchte schon von dannen sind da fällt mir ein hoppla ich habe doch schon vor wochen auf amazon zumindest den faker der w5 entdeckt und mir sicherheitshalber zweimal bestellt weil abend bin ich ja ein scalper der damit sein geschäft ja antreiben möchte den großen reibach machen möchte nein spaß also das ist natürlich nicht der grund sondern weil ich eben auch ein unboxing machen wollte eine figur auspacken die figur wäre erst in sieben tagen ab dem tag wo ich bei smith war lieferbar gewesen oder wäre versandt versendet worden und was habe ich versucht die bestellung beim ersten zu stornieren konnte mir nicht garantiert werden und tatsächlich ja hier sind sie es wurde auch nicht garantiert und zurückschicken ja also ich habe es dann nicht geschafft eine erstattung natürlich wurde auch nicht angenommen jetzt schwimme ich in feckers bei den feckers ist natürlich lustig zu sehen wie sie unterschiedlich teilweise auch in der packung sehen wir sehen hier ja er schaut nach also von unserer seite aus gesehen nach rechts und durch nach links von seinem er ist normal drinnen da muss ich mir noch gut überlegen welchen ich hier an boxe man sieht man diese schachtel ist schon kaputt und man hier auch also wir können das heitere rätsel raten die beiden sind offensichtlich naja ganz so offensichtlich ist es nicht sind sehr wahrscheinlich von amazon ich weiß es nicht mehr habe schon alles durcheinander gebracht und den zweiten fisto habe ich auch verlegt zu märmen noch ganz kurz die andere version hat ganz schlecht gemalte nein schlecht besser gemalte augen hätte ich vielleicht auch herzeigen sollen so moment einmal das passiert bis hier gleich wieder ein faux pas so man könnte meinen ich bin auf youtube genauso schlecht organisiert wie im echten leben war so und zwar vergleichen wir mal ganz kurz ich finde das hier ist märmen mit den besseren augen und das ist märmen mit den spongebob ähnlichen augen darum will ich auch den hier auspacken besser schlechter oder ich weiß es nicht ja ich glaube ich werde langsam wahnsinnig darum beenden wir das liebe dieses vergleich video die zu den feckern äußere ich mich gerne vielleicht einmal in einem getrennten video demnächst oder auch im anschluss aber bevor hier nichts weiter geht eben wollte ich euch endlich mal diese wave zeigen ich meine natürlich sie ist jetzt nicht die ja in österreich offensichtlich die neueste gibt es natürlich schon zahlreiche youtube videos die diese wave reviewed oder präsentiert aber ich habe es eben noch nicht gemacht so jetzt habe ich mir hier doch diese feckers alles blockiert das werden sie runterfallen und heute dem extra schuss vertrautelung gut gehen wir alles der reihe nach durch faker gut das wort ist heute noch zu wenig gefallen faker ist eine figur voller missverständnisse und da wirklich im wahrsten sinne des wortes denn faker gab es in österreich nicht und faker ist eine der wenigen wenn nicht gar die einzige figur neben den laser light figuren die ich als kind nicht hatte aus der vintage schreie und faker hat für mich auch immer und die classic variante ist top hallo classics master verse irgendjemand hört ihr mich ist für mich die beste variante eigentlich überhaupt und irgendwie ist faker dann doch so eine für mich spannende figur dass ich ihm unbedingt doppelt kaufen wollte weil ich ihn eben auspacken möchte ja was 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 ist so faker nicht schon alles gesagt worden was ich jetzt wiederhole faker ist natürlich ein himmel repaint mit skeletor rüstung und das war es eigentlich schon hat oft so viele missverständnisse geführt warum ist faker nicht wie im cartoon wie im filmeschen cartoon fleischfarben wie himmel ja ein bisschen komisch zu verkaufen nicht wenn du dann quasi himmel eins zu eins in einer anderen verpackung wäre blöd apropos faker den revelation faker finde ich wahnsinnig schlecht den werde ich sehr wahrscheinlich auslassen wie auch sozusagen auch das weitere schicksal der revelation serie ich erst wahrscheinlich abwarten werde jedenfalls faker das cutback artwork gab es ja immer schon bei der vintage line das fand ich also ja ich habe ich habe gewundert komisch was soll das sein ein himmel mit skeletor rüstung ich konnte es nicht zusammen mir zusammen reimen weil es ja an den europa höher spielen in folge sieben der doppelgänger auch schon am cover außer wie himmel und eben auch faker nämlich namentlich in der filmeschen folge auch ja eben nicht so aussah außer halt die folge die irgendwann noch konnte gerade via crowdfunding jetzt doch irgendwie finanziert wurde wo ja mbc universal uni universal nichts rausbekomme dagegen es sind dass das veröffentlicht wird von james e talk aber das nur am rande ja was haben wir positives alle karten sind unpinched für den hardcore enthusiasten und verrückten sammler das gilt sogar auch für diese anderen faker karten gut sehr schönes repaint manche hätten sich ja gern magenta farbene rüstung rüstungsteile gewünscht oder magenta farbene haare wäre auch eine interessante variante ich meine ich bin ja zufrieden dass ich ihn überhaupt gekriegt habe weil leider die exclusives habe ich wieder verpasst leo faker ich meine die uhr sondern sonst interessiert mich ja nicht aber aber die verpackung sind ein wahnsinn also da tut es mir echt leid dass ich dank comit impfung quasi im koma gelegen bin und nicht zum laptop konnte jetzt habe ich aber genug langeweile betrieben mit dieser einzigen figur schauen wir uns die rückseite an ja wir werden nicht enttäuscht es ist ein großartiges artwork auf dem kartback so großartig dass ich nicht einmal alles erkenne wir haben hier faker in action zu den roten augen das wäre noch ganz cool gewesen wie er sich quasi stürzt auf ram man und mein e faces und mein e faces scheint quasi ram man der es nicht ganz verstanden hat was hier vor sich geht zur seite zu buxieren nach dem motto nein pass auf das ist nicht prince adam oder das ist nicht he man pass auf das ist einem imposter weil das da hinten scheint ja auch faker zu sein der quasi in der schnellen bewegung nach vorne schnellt sehr interessant was haben wir da hinten für kleine süße tiere ja apropos kleine süße tiere da könnte ich auch noch eine geschichte erzählen ein anderes mal ich sage nur ich habe massive probleme im haushalt so das action feature wir können faker aussehen endlich und auch wieder anziehen nein nämlich drehen ja das ist ganz cool das müsste sich muss das schaue ich mir beim unboxing an weil das habe ich auch ganz vergessen der so eine computerbrust hat mit einer hand an boxen ist natürlich jetzt blöd ich habe nichts vorbereitet ja wobei ist doch wurscht oder wer ist denn der hässlichere gesell den finde ich eigentlich schöner und er ist auch sehr hässlich und dieses und dieses gesicht die qual die qual der wahl ich meine dass die karte ist schon arg verbogen die karte ist schon arg verbogen ok ihr habt mich überzeugt ja das ging jetzt wir live abstimmung im chat dass ich hier wieder ein armige bandit gleich habe ich alles zerstört so moment die kamera vielleicht noch drauf halten ist ja ein video und kein hörspiel verdammt nochmal manche lernen es eben nie so moment ihr seht jetzt wie ich die gesamte w5 mit einem einzigen abgriff zerstört so fachmännisches unboxing besser geht es nicht so moment eine sekunde ja das ist wirklich fachmännisch bis zum geht nicht mehr ich hätte fast den comic zerrissen also das gibt es ja wirklich gar nicht so moment die kamera nur anders in der hand halten weil die ist so toll dass man unabsichtlich immer ausschaltet so ersetzt das habe ich super gemacht wenn das kein sammler stück ist zucker punch kann man sich im netz anschauen sollen wir kurz durchblätter diese comics sind ja immer eine eine wahnsinnige frechheit weil sie keine sprechblasen haben in der europäischen version so hier kommt fisto gelaufen da kommt der land shark und kaboom fisto ist k.o. geschlagen offensichtlich von he-man aber ich merke schon da stimmt was nicht so fisto wacht auf in einem gefängnis wird zurückgeworfen wieder von he-man was ist los he-man wieso behandelst du mich wie in einem soft porno hehehehe ich bin gar nicht he-man ich bin brave art aha und die geschichte nimmt ein spannendes ende und ein finale in snake mountain oh ich habe es gar nicht gewusst ich bin ja wirklich der perfekte fan ja martin hallo bitte schickt mir geld ich habe mich genau an die anleitung gehalten mir fehlen nur noch zwei figuren es ist ja wirklich es ist ja wirklich schrecklich so das ist eigentlich faker in der pose wie in der packung war eigentlich hätte ich aufgrund dessen vielleicht behalten sollen naja wieder ein schwerer fehler wird nicht der letzte sein so da habe ich schon vorsorglich seinen ph geöffnet in der hoffnung dass ich ihn dann auspacken kann aber es wird mir nicht gelingen aber wir sehen hier schon genau so wir sehen die computer brust und das ist tatsächlich es ist ein sticker oder nehme ich an es ist ein sticker moment wir gehen noch mal näher ran in einer sekunde so es ist kein sticker es schaut ein bisschen aus mir ein sticker es ist aber eigentlich es ist aber eigentlich eine art print oder wahrscheinlich könnte man es runter nein es ist ein print aber ich spiele dir mal eines gab es schon mal als sticker vielleicht ist es auch einfach nur gut angeklebt aber es würde als sticker glaube ich nicht so gut halten ja naja also das ist der riesenunterschied zu he-man freuen wir uns mal gut soviel zu den faker news wie gesagt diesen witz kann man nicht oft genug bringen hier ist ein oranges nicht magenta farbenes grüße an sep zauberschwert oder schwert und widmen wir uns jetzt dem rest der figuren die ich nicht in zehnfacher ausführung erworben habe so weg damit und zwar fisto der gute alte fisto seit dem 200x cartoon wissen wir ja was habe ich denn da an der seite ach so das ist dieses hässliche karton ich denke schon ich filme schon wieder meine einrichtung die absolut grauenhaft ist moment heute läuft gar nichts fisto seit 200x cartoon wissen wir ja dass das mannett arms bruder und eventuell auch was war das der liebhaber der zauberin teilweise war also das fand ich eine sehr interessante handlung und und storyline schade dass das ja nie weiter verfolgt wurde bei my relation würde ich jetzt nicht drauf hoffen zu fisto habe ich eine ganz eigene geschichte die habe ich fisto habe ich von meiner mutter bekommen da war ich circa fünf sechs oder sieben jahre wahrscheinlich und bin krank mit einem steifen genick pause für gelächter nein steifes genick im bett gelegen also sprich bin als kind aufgewacht und konnte meinen kopf nicht drehen nein keine meningitis und es hat circa einen tag gedauert und habe zum trost fisto bekommen und fisto fand ich immer großartig ich fand die rüstung toll mit der konnte man nicht spielen ich fand natürlich die eisenfaust gut ich meine der name ist natürlich heutzutage oder überhaupt ja ein bisschen unglücklich wie hieß er bei 100x captain iron fist oder irgendwie so weil irgendwie aber natürlich ja weil angeblich war ja der namenstreit mit kit fisto das dürfte aber nicht stimmen glaube ich mit star wars der nautolaner aus episode 2 beziehungsweise 3 ja also das hetz gab wie gesagt mein zweiter fisto ist verschwunden ich meine das ginge schon schöner aber ist in ordnung würde ich sagen ist in ordnung wieder der gleiche comic dahinter bisher die seitenansicht ja vor allem die seitenansicht meiner fingerchen kommen wir zur rückseite ja und das also ikonischer kann es eigentlich gar nicht sein weil wer ist natürlich der gegenspieler zu fisto schizzo oder auch chopper wie er bei filmation oder bei der super seven filmation club filmation club quescal rei geheißen hat also cooler gehts gar nicht ich bin gespannt wann schizzo rauskommt ja die zwei erzfeinde kämpfen gegeneinander aber das ist nicht das einzige was meine müden augen hier sehen oder nicht sehen im hintergrund haben wir stridor oder stridor der ist ja auch schon angekündigt für die origins muss ich zugeben bin ich kein großer fan ich finde diese robot pferde wahnsinnig langweilig ich habe als kind bei der vintage line nur den night stalker gehabt und habe bei den classics mir sowohl stridor als auch ja im night stalker geholt aber irgendwie also ja also ich brauche sie nicht ich finde sie nicht schlecht aber ich finde sie jetzt auch ich finde sie einfach langweilig und das im hintergrund ist was für eine burg mit diesem lustigen aufzug muss ich die kennen mit diesem hexenhäuschen hundehütte da oben ist das ist das castle grayskull zum mitnehmen kann mich jemand aufklären auf was für einen baum kämpfen die da auch da gibt sicherlich wieder eine anspielung und excel chimenes hat sich da alten alten dingen ja eine homage gemacht und der trottel fan von heute erkennt es nicht so das habe ich ja auf dem auf dem letzten card bag unterschlagen nämlich wir sehen die w5 komplett plus he-man und skeletor so soll es auch sein ja fisto hat sein ja ikonisches fast violette schwert und das kann man ihm sogar in die hand drücken und dann kann er ja auch seinen körper ein bisschen bewegen im gegensatz zu mir kann fisto seinen körper noch bewegen das finde ich großartig ähm ja ist ein schwert hat jemand sein schwert gesehen wenn ich so blöd fragen darf ah ja da hinten haben wir schon gefragt also das wäre eigentlich das erste mal das ja kennt ihr übrigens diese fotos von dem battle pack mit dem silber äh mit der silberrüstung und dem verwundeten battlecat wo leute anscheinend ihren alten battle armor he-man einfach in die packung schummeln und sich dann nur die figur rausnehmen im target oder wo auch immer sehr lustig gut kommen wir zur nächsten figur die ich schon mal kurz gezeigt habe nämlich ähm ja ich stehe wahnsinnig auf dem 200x look der evelyn hier auch an dem logo zu erkennen und mag sie auch in den von den classics sehr sehr gerne in dem äh ich glaube battleground evelyn hieß sie da auch ja man sieht auch was ein repainter ausmacht also im vergleich zur gelben asiatisch lastigen äh ewelyn ist das hier finde ich schon sehr viel besser ja auch nicht auch nicht auch keine besonders tolle figur natürlich muss man sagen im vergleich zu im vergleich zu den männlichen protagonisten oder antagonisten aber schon schon nicht schlecht und ich freue mich dass sie dass sie erschienen ist ja muss man schon sagen also natürlich jetzt kein vergleich mit der revelation evelyn figur muss man sagen die ich jetzt eigentlich bis gerade eben noch bei der hand hatte und jetzt aber nicht mehr finde ok komisch ja so moment so ich muss mich wirklich entschuldigen a für die länge des videos b für diese unkoordiniertheit in meiner äh präsentation aber die tage sind im moment sehr sehr lang und äh ja und auch sonst tut sich viel also ich habe jetzt im vergleich die revelation evelyn die natürlich mit diesem head sculpt wenig bis gar nichts bietet ähm machen noch eine dritte version heute ist überhaupt da heute ist tag aller figuren so aber die sehen wir jetzt hier nicht die sehen wir jetzt hier ganz schlecht ja muss ich rausholen dann können wir sie mal vergleichen so ist halt wirklich nicht so einfach so genau machen wir es einfach so ich meine das ist halt kein vergleich ja also diese evelyn ist für mich neben mossmann ja wisst ihr eh also die zweite wave mal schauen was ich mir da hole faker wie gesagt finde ich nicht gut so also 200x bin ich auch großer fan habe ich fast alle figuren original verpackt ich held aber damals gekauft ja nicht nicht jetzt irgendwann so genau ein tolles artwork ich habe sicher schon mal gesehen vor allem mit einigen interessanten anspielungen oder ähm ja neuen design varianten ganz hinten rechts tricklops in seinem ersten mini comic auftritt der jetzt bald auf metal creations erscheinen wird ich gehe schon mal davon aus ich werde verschlafen ich werde ihn nicht bekommen ganz sicher ähm hier gibt es auch sehr viele unkenrufe dass seine banderole die er da um hat äh seine schleppe ähm ja sehr nach drops ausschaut und überhaupt ich muss schon zugeben ja es ist keine besonders interessante variante sei es drum ja also ich würde mir schon holen weil ich sonst nichts bekommen habe alles verpasst habe aber wenn ich ihn nicht kriege kann ich auch ruhig schlafen wie es auch so sein sollte ja wirklich kommt dann bitte im anschluss ähm äh äh scheint hier eigentlich die einzige figure zu sein in seinem regulären äh ja design muss man sagen äh nicht irgendwie mini comic lastig andere farben etc kein gelbstich Dann haben wir den Entwurf, Merman als quasi seinen Prototyp oder aus seinem Entwurf oder mittlerweile, wie man sagt, die Lords of Power Variante. Zu dem kommen wir dann gleich und in Action Eveling, wie sie ihren Zauberstab mit einem Zauberstrahl abschießt. Und dann noch Stinkor, der ja in der Wave 6 kommt, glaube ich. Wave 6 ist Eternian Goddess, Webster, dann eben Beastman, Lords of Power und Stinkor, glaube ich. Ja, was sehen wir hier hinten? Eveling kann ihren Zauberstab in die Hand nehmen, das ist toll, und ihn auch bewegen. Und wie gehabt eben die Wave 5 mit den Hauptfiguren, also auf der guten und auf der bösen Seite. So, und apropos Mermen, kommen wir zum Lords of Power Mermen. Das war ja auch ein großer Aufschrei im Fandom. Oh, wie kann das sein, dass die Exclusives jetzt auf Einzelkarte rauskommen? Mich hätte es ja gefreut, weil ich dieses Exclusive ja auch verpasst habe. Bei den Lords of Powers habe ich es absichtlich nicht gekauft, weil mir die Figuren nicht zugesagt haben. Und weil ich noch aus der Enttäuschung über das Ende der Classics und den Hass auf die Origins quasi rausgekommen bin. Ja, der Hass hat mich übermannt, deshalb wollte ich es nicht kaufen. Und hätte ich gewusst, wie toll die verpackt sind, hätte ich sie mir geholt. Aber die Fans durften aufatmen und es wurde mit anderen Figuren jetzt aufgewartet. Nämlich, es ist nicht eins zu eins das Exclusive, sondern es ist eine andere Farbgebung. Das gleiche haben wir auch bei der Beastman-Variante. Und ja, ich weiß nicht, ob mehr Figuren kommen werden, wahrscheinlich nicht. Aber es sind eben andere Figuren von der Farbgebung und von manchen Accessoires als ein Exclusive. Insofern können wir alle beruhigt weiterleben. Super. Nein, was mir wirklich sehr gut gefällt und das wusste ich früher gar nicht, ich finde dieses Mörmen-Gesicht viel, viel besser als das Vintage-Gesicht oder das Original-Gesicht. Gefällt mir viel besser. Macht natürlich aus Mörmen. Wir, glaube ich, waren nicht als Guter sogar geplant irgendwann. Ihr eine freundlichere Gestalt, das ist vielleicht nicht so gut. Aber es gibt ihm auch irgendwie mehr Charakter und mehr Tiefe. Ja, mehr Tiefe. Oh, was für ein Wortspiel für den Herrn der Meere. Also heute überschlage ich mich ja. Mehr, mehr davon. So, und kommen wir zum letzten Cutback-Artwork für heute. Nämlich auch eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Hier spiegelt es sich, glaube ich, leider. Wir sehen eine sehr interessante Thieler-Variante ohne ihre Schlangenrüstung auf einem Einhorn im Kampf gegen Mörmen und eine Seekreatur. Sehr schön. Erinnert ein bisschen an die Folge Thielers Quest, die ja wirklich, finde ich, eine der schönsten Filmation-Folgen ist auch überhaupt. Ja, so Filmation hat da, finde ich, einige sehr gute Folgen rausgehauen. Leider aufgrund der Folgenanzahl gibt es halt wenig Folgen irgendwie die wirkliche, die Handlung, in die Handlung tief hineingehen oder auch so Dinge zeigen mit, ja, wer ist mit wem, warum ist manches so und so. Also, Queen Marlena ahnt, dass Adam Heeman ist oder sowas. Das sind die tollsten Folgen eigentlich. Ja, auch hier wieder Mörmen kann sein Schwert in die Hand nehmen, kann damit herumfuchteln. Supi. Und ja, hier wieder die Figuren. Es wird nicht spannender. Ja, empowering the next generation through play. Ja, also ich bin eher die vorletzte Generation. Gut. So weit, so weit, so gut, hat heute ein bisschen gedauert, sorry. Wir kommen also zum Fazit dieser Super Wave, ja, auch die Wave 6, auf die freue ich mich auch wahnsinnig. Ja, ich würde tatsächlich sagen, für mich Mörmen auf Platz 1, muss man sagen, ja, dann alle Faker auf Platz 2, die sind natürlich unfair, so viele, gegen Fisto, den ich auch sehr gut finde. Aber Fisto habe ich vorher vergessen, die Classics-Figur, die habe ich auch noch, da ist ja damals ergeblich das Schiff mit den Containern untergegangen und darum gibt es hier sehr wenige Figuren, die zu horrenden Preisen gehandelt werden. Ich meine, so toll ist der Classics-Fisto nicht, aber ich verstehe natürlich, dass jetzt jeder hier seine Chance ergreift, um seine Fisto-Sucht zu befriedigen. Gut, das klingt ein bisschen falsch, ja. Also Fisto, ich würde sagen, Fisto und Faker eigentlich, ja, teilen sich fast im zweiten Platz. Und Platz 3 ist Evelyn, aufgrund einfach des schlechteren Scalps, aber einer netten Bemalung und ein 200x-Sticker versöhnt mich immer wieder. So, jetzt habe ich mir mein Feiertagsbier wirklich gegönnt. Da hinten sehen wir Battlecats Pratze, der sagt auch schon ja und eine kleine Samsung-Werbung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, das nächste Video kommt hoffentlich schneller als das letzte. Ich entschuldige mich noch einmal. Habt ihr eine gute Zeit und sammelt weiter. Tschüss. Tschüss.